Der Name meines Unternehmens, Brau Union Österreich, zwei Bierkrügel, die sich zuprosten und dann natürlich mein persönlicher Name, meine Funktion. Ich bringe Menschen zusammen, ich kommuniziere, ich dirigiere, ich experimentiere mit Bierkultur. Dass Tag für Tag unsere Braumeister ihr bestes Bier brauen und unsere Bierführer direkt zum Kunden und zum Konsumenten bringen. So wie ein gutes Bier lange braucht, um zu brodern und zu gären, so ist manchmal auch ein Thema oder eine komplexe Aufgabenstellung ein bisschen länger. Da braucht es einfach Geduld und Mut. Es wird bunter, es wird vielfältiger, die Umwelt wird grüner und die Bierre werden alkoholfreier. Wir werden Österreich zum besten Bierkultur Europas machen. Ein sehr modernes, innovatives, basierend auf sehr traditionellen Farben. Ich habe Wirtschaft studiert und bin Diplom Biersommelier und bin schon sehr lange in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Nachhaltigkeit, Bierkultur und Corporal Affairs, Stakeholder Management. Die Welt ist lebenswert zu gestalten, einen wesentlichen Beitrag zu leisten für die Gesellschaft und die Umwelt. Der braucht man sich nicht mehr know- und catchen, wenn es in die ersten Erste ist als auch nicht mehr in den Begründen nicht im Grund. Die Felder imellten Begründen wird eine schöne, die Welt und die Welt ist besonders wichtig. Die Welt ist zur Welt. Der war sowohl diese Welt. Die Welt ist eine sehr leidige, die Welt, die Welt ist nicht mehr so schön. Deine Arbeit ist die Welt.